Guten Morgen zusammen. Es gibt gute Neuigkeiten. Heute ist schon Donnerstag und eine Arbeitskollegin wird bzw. fragte mich, ob sie für mich am Wochenende arbeiten kann und das finde ich sehr, sehr schön. Somit tauschen wir das hier, egal wie viel man, das ist meine Meinung und ohne geht es nicht. Wir tauschen das hier gegen das Kostbarste auf der Welt und zwar gegen Zeit. Somit können wir uns zum Beispiel mit unseren Freunden treffen und wichtigere Sachen machen. Das Ganze geht natürlich auch ohne Film. Okay Leute, also meiner Meinung nach ist Geld nicht alles im Leben und die Zeit, die man mit seinen Freunden verbringt ist viel, viel wichtiger. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Mach's gut. Ciao.